Herzlich Willkommen im Handels, Leute! Ich lade euch mal zwei Tabellen zur Aktienkanzleranalyse hoch, bestehend aus dem DAX und einer freien Auswahl und hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen. Nachfragen bitte in die Kommentare und bitte einen Like und ein Abo hinterlassen. Vielen Dank! 1 2 2 2 3 1 2 3 4